Lalalalalalalalalala Fertig! Oh, Schokolade! Papa! Papa, komm, wir machen eine Esper-nicht-Esper-Challenge! Okay, lieben gerne! Kartoffeln! Kartoffeln! Sollen wir sie probieren? Aha! Eww! Ich hab Kuchen! Magst du mal? Ja, möchtest du eine von meinen? Nein! Das ist meine! Eine Zitrone! Sauer! Mag ich nicht so gerne! Es ist ein Kuchen! Eine Zitrone? Ja, es ist sauer! Ei, ei, ei! Ein Ei! Ein Ei! Ein Ei? Es ist ein echtes! Meiner muss dann auch Schokolade sein! Puh! Dann ist mein Schauskuchen! Eins, zwei, drei, drei, öffnen wir es! Zwiebel! Eins, zwei, drei! Ich denke mal, es wird gleich ziemlich heiß! Schokolade! Hm, Schokolade! Hey, kann ich etwas zum Süßen haben? Komm schon, komm schon! Komm schon! Oh, Mais! Oh, ein Maiskolben! Oh! Hm, das ist okay! Das ist ein echter! Hm, es ist Kuchen! Oh! Petersilie! Petersilie! Hm, na ja! Hm, es ist eine Süßigkeit! Naschzock? Papa, such dir eine Zeitung aus! Hm, die hier! Okay, Papa! Hm, das ist süß! Sie war echt! Oh, yeah! Oh, ich weiß! Oh, ich weiß! Nostja! Hallo! Ich habe Kuchen mitgebracht! Hm! Hm! Hier, Kartoffeln! Hm! Oh! Ja, Nostja! Es war nur ein Witz! Hm! Hier, nimm die Schokoladenzitronen! Wow! Wow! Hm, das ist sauer! Nostja! Jetzt sucht euch einer aus! Ich nehme die hier! Und ich nehme den hier! Hm, Schokolade! Hm! Hm! Hey, schau dich an! Wer will Chilis? Hm! Schokolade! Oh, das ist her scharf! Hm! 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 Ah!